Die Kirche Die Kirche Von derreisen Das ist bei mir der Hannes Den habe ich mir bemerkt Danke fürs Kommen wir auf jeden Fall auch in ihrer Anreise gehabt Ja Zahlt sich aus Zahlt sich erstens aus Zweitens, hat einen sinnvollen Zweck dahinter Du spielst doch glaube ich in zwei, drei Wochen in Salzburg dann Genau, am Tyler Genau, dazu dann mehr beim Interview Und jetzt, wie gesagt, Danke fürs Dasein Und dann lassen wir dich jetzt einmal starten mit deinem Set, wenn du soweit bist. Gerne. Kurze Info vorweg vielleicht noch, was auch von dir hören? Was willst du geben? Das ist ein Mix von Leder von neuem und vom alten Album und dauert es ca. dreiviertel Stunde. Okay, also das ist sozusagen alles von dir selbst produziert? Auch Remages drinnen, wo ich mich an Fremdmaterial bedient habe. Okay, na gut, dann leg ich los. Viel Spaß. Jawohl. So, ich glaube das war es. Kurz und schmerzlos, dann fahre ich hier auf und sage, du, du, du. Oh, oh, oh. Okay, alright? Huh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020